Hallo, du sag mal der Spahn, das Ferkel? Nicht Spahnferkel, der Gesundheitsguru hat gesagt, wir müssen immer Maske tragen. Hast du deine Maske schon lange? Drei Wochen. Meine gefällt mir nicht mehr, ich habe meine vier Wochen. Sag mal, wollen wir tauschen? Oh ja. Oh ja, super, wir tauschen, aber das ist gute Idee.